Das Bankhaus Ludwig Sperrer in Freising. Seit mehr als 100 Jahren und drei Generationen steht der Name Sperrer für Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Die Privatbank bietet ihren Kunden seit jeher unabhängige, ganzheitliche Betreuung in allen Finanzfragen. Darunter Anlagestrategien, Vermögensberatung, Kreditwesen und sämtliche Leistungen rund um den Zahlungsverkehr. Für eine Bank nicht üblich, aber bei der Sperrer Bank eine Selbstverständlichkeit ist das Angebot von Versicherungsdienstleistungen. Wer das Bankhaus Sperrer kennt, weiß um dessen Vorzüge. Mit dem Sperrer Versicherungsmakler bieten wir unseren Kunden die gleiche Unabhängigkeit, die sie in unserem traditionellen Bankgeschäft schätzen. Auf Wunsch analysieren wir bestehende Versicherungen von Firmen und Privatkunden und erstellen passende Lösungen und Konzepte aus über 280 verschiedenen Versicherungsgesellschaften. Ohne Vertriebsdruck, ohne Zielvorgaben berät sie ihr Sperrer Ansprechpartner in Sachen Versicherung. So wie sie es gewohnt sind, vertrauensvoll, diskret und immer persönlich. In Zusammenarbeit mit der SDV AG analysiert der Sperrer Versicherungsmakler ihre bestehenden Verträge und unterbreitet sinnvolle Alternativen. Welche Versicherungen brauchen sie? Wie lassen sich Kosten sparen und gleichzeitig Leistungen optimieren? Und wo findet man im Schadensfall bei einem einzigen Ansprechpartner schnelle Hilfe? Hier bei der Sperrer Bank. Als inhabergeführtes Bankhaus unterscheiden wir uns in vielerlei Hinsicht von anderen Instituten. Unsere Unabhängigkeit ist die Basis für eine Beratung auf Augenhöhe. Vertrauensvoll, außergewöhnlich, persönlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017